Mein Mutter hat bei mir gebeten, der Geist der Reis tut und auf sich erwarmen am Anfang. Mein Mutter hat bei mir gebeten, dass ich die Werte nicht helfen muss. Nicht in ganzem Schen. Ich weiß doch, er hat eine Antwort. Wie die Gänse? Bei Mami, treibst du dieben ständig. Ich habe die Gänse. Ich habe die Gänse. Ich habe die Gänse. Ich habe die Gänse. Aber die Gänse sagte, sie sagte, sie mit ihr und sagte, entschuldigen Vater, was ich eigentlich gesagt habe. Ich habe die Gänse. Ich habe die Gänse. Du hast sie auch schlecht mit euch. Ich weiß. Von einer Seite hier. Von der zweiten Seite das Fingern muss ich mal zu Hause kommen. Nur Schenk. Er hat mir gesagt, dass er nicht mehr im Grunde ist. Er hat gewonnen in den letzten Jahren, er hatte gesagt, dass er nicht gewusst hat. Er hat noch heute geplanten, mehr als tausend Zeit in der Nacht, und er hat noch mehr als Monat geführt. Und sie haben ganz lange gewusst, als meine Mutter und meine Schwester, weil sie sich in der Nähe sitzen, sich in der Nähe sitzen. Mit der Arbeit ist es noch nicht? Er steht es noch nicht. Er hat noch einen Reus zu der Arbeit mit dem Vortag und sie haben nur gewonnen in den Stuhl. Nein, nein, der Reus ist meine ich, dass sie deporte, aber sie ... Sicher, sie haben gewonnen, den Tag in den Stuhl und in den Schuhen ... ... sie sind gewonnen, zwei Menschen, sie haben gewonnen, sie haben gewonnen, sie haben gewonnen, sie haben sich gedreht den ganzen Tag. Und wir sehen, wenn man ihn bebringt, wird sich nicht herangebracht, nicht um den ganzen Tag, wenn wir tun, sie haben gewonnen. Jesus hat sich einen geblieben, und sie ist einen gewonnen, eine Reus geführt. Oder mit dem zweiten Schauer, mit dem Verbundenen, der sich angesteckt hat. Oder mit dem letzten, den wir vielleicht gar nicht mehr angesteckt haben. Nein, sicher, aber wir müssen später kommen. Ja, Hirsch, ich hoffe sehr, wir wollen sich umkehren, dazu machen, mit einem Film, einem richtigen Projekt wegen euer Leben, was wir dauern länger, was können dauern eine Woche schmussen, mit einem Plan von einem Film, das habe ich mir oben nicht gesehen. Denn auf heute wurde ich einfach sehr gedankt, wenn ihr könnt mir gerne die wichtigsten Momente und Dates, nicht Dates, die neue, noch Kufis, noch Februar 1943, wenn ihr seid umgekommen, ungefähr Posche zu haben, das größte Bild. Ja, und in zwei werden wir sagen, das ist ja. Wir haben vorbeigegangen Gröni, wenn ungefähr, wenn wir sagen, der Mensch hat nach uns nach oben gesteckt, ich bin ein Schuster, und der Schuster, ich bin ein Verwundeter, und man von Stuhl mit seiner Lebenserfahrung, und da kam und ich da ruhig gehen und marschieren bin. Ich weiß, ich kann nicht marschieren, ein kleiner Hammer, ein Nodeln mit Dratzi, und... ...und... 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 und er hat sich verrichtet, dass ich von uns gewinne etwas möglichen sein mit dem verwundeten Amt. So Februar? Das ist gewinne, so Februar, ja. Und nach schönem Danken, meine Finger sind ein wenig schwarz vom Frost, das von Taroch nehmen sich heute zusammen mit Fleisch und Gorn geführt. Ist bis zur Kackung Februar mehr und seit ihr weitergegangen? Wir haben gegangen die ganze Zeit. Vor wo seid ihr gegangen auf der Richtung, mit ihrem Hof der Verkauf? Er hat vorgelegt, gehen die Richtung von seinen Kanten. In den Kanten Liedi Vassilischer wie mehr werden, nennt er zu Partisaner, aber sie wie in Grodnisch im Märk und niden nicht so. Wie hat die Gehessen darin? Das Gehessen und jetzt hat Pupko. Und immer gewinne damals ein Jahr 40, sagt ihr? Ein Jahr 40. Ein Jahr 40. Ihr seid angekommen mit dem in der Gegend von Liedi Vassilischer? Nicht ganz. Aber wir kamen mit dem in der Atel die Türschen. Du kamen mit dem in die Türschen und sie haben einmal rein in die Türschen. Dann haben wir zusammen zwei Teile, Torse. Sie haben mir zusammen zwei Teile gehalten. Die sind gegangen und zusammen zwei Teile. called in die Türschen. Wir kamen mit dem in die Türschen und dann noch in Pupko. Aber wenn wir kommen zu den Konten, oder? Das weiß ich. Hauptsache an euch. Von jedem Arroz zu Partisanern. Wann seid ihr Arroz von Lide zu den Partisanern? Welchen Monat? Ungefähr am 2. Januar. Dort ist eine Partisanergruppe, eine jüdische Partisanergruppe. Von den größten, die in Weißrussland und in Europa. Die Brüder, die in Weißrussland. Die in Weißrussland. Und ihr seid jetzt getroffen mit euch. Das ist in April. Und ihr seid noch mit ihr getroffen? Wir sind Partisaner, aber wir kommen zusammen mit ihr getroffen. Und sie haben auch umgenommen, die Partisanen? Nein. Welche Gruppe? Wo trugen wir jeder Id. Sei jung, sei alt, sei erfreut, sei Kinder. Und den Keinen nicht erweigeschickt haben. Verkehrt. Den Beerske Frenzsordadissen. Als Nagelisten Nord, war die Partisanergruppe Jäden mit unterschiedlichen, speziellen Sprachen zu bringen in der Reihe. Und sie haben in der Reihe, die in der Reihe und die Veränderung durchgezogen. Wir haben die Arbeit für die Nutzung und die Nutzung. Daher haben wir noch gefragt, ob wir klären, was es? Woher wir uns hierhergehen? Wir haben hier eben gesagt, wir haben das nicht so. Wir sind so, wie wir das nicht so. Wir haben das. Wir haben das nicht so gemacht. Das ist so, weil wir sind so. Wir haben das nicht so, dass wir das nicht so gemacht haben, aber das ist so. dass man hier behandelt mit einem Saiffen. Nur ich gewinne, darf er erzählen, weiter wie es geht. Mir sagt, dass er das endlich nicht hat. Nein, 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 nicht endlich. Wir waren schon praten. Wir waren schon praten. Wir hatten keine Stücke. Und in den Stücke waren wir rein in der Stube, der jüdische Stube. So haben wir vorbeigegangen, und ein Apostel von Zandarmer, ich bin rausgefahren, auf Römer und bei der Nacht hat es gewonnen, Polizienten, mir dort nicht standen, gematt in der offenen Mord, und sie wurden sich beim Meer. Es trifft den Gott, die gewonnen mit der Sachmord. Sachmord? Es hat mir gesagt, die, die uns gut behandelt, das hat mein Name und mein Haus gehabt, und er hat gestanden, eine Postenort, und dann hat er nicht gesehen. Mit der Belschiebrie der Posten zu wissen, die Gattesnungen kommen zurück, ist von April, 43? Nein, da war drei, im Jul, 44. Und in welchen Ärten, habt ihr gesagt, zwischen April, 43, und da war drei? Ja, also da haben wir nicht verständlich verstanden. In welchen Regionen? Ja. Der Region, nicht weit von Navarro, von Navarro, von Navarro, und dort, wir gebieten, die Ärzte, nach dem Mord, von einer und einer zweiten. Aber Navarro, der Region? Ja. Und dann noch mehr Übergang gehen, hinten an die Böker Puschi, weil sie gewonnen haben, von Deutschen, auf Partisanen. Und dann sehen wir, die Gruppe, gewonnen sehr aggressiv, und der Belschie vorgekriegt, man sagt, zu sehen, auf kleine Gruppes. Wiener gewonnen, mit der Zweigen, 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 und der Nöchmer, ausgefunden zurück, dem ganzen Atlet, und wir kommen in den Böker Puschi. Und mit der Zweigen. Und mit denen wir sagten, wie man wäre, die Zweigen, wie die Zweigen, die oder die Zweigen, die Zweigen, die Zweigen, die Zweigen, die Zweigen, die Zweigen, wo man da so schrecklich machten. Heute gab es auch 15 Khadoshin in Partizanen. Von April 1943 bis Jul 1944 in der Varadke-Rajon. In der Varadke-Rajon, in der Varadke-Rajon, in der Varadke-Rajon. Wo ist das? In der Varadke-Rajon, in der Varadke-Rajon, in der Varadke-Rajon, in der Varadke-Rajon. Die Varadke-Rajon sind, dass sie legewennen, bleiben und leben, versteht sich? Und nach uns, wenn man gewennt, welche nicht die zusammenstößern oder schlachten? Wahrscheinlich gewennt, dass sie eine Kampfgruppe, die sich nicht auf die Hände werfen. Eine Kampfgruppe gewennt die, die gerade ein Gewehr und die Rundkummerinnen und Gewehr. Und wenn man gerade funktioniert, ist die Form der Abprovisation, Dörfer und Aufbringung. Und wenn man gewennt, dass sie ein Gewehr machen, sind sie ein Gewehr und nicht ein Gewehr. Wie ihr seid, habt ihr seid gefohlen, damals in April 1943, die neue Partizane? Das ist egal, ich darf erzählen, die ganze Zeit. Was? Was? Du verwandest, nicht? Was? Ich habe doch mal einen Schultz in der Becher. Ich sage mal, was ich... Ich habe nicht noch einen Plan zu machen, wegen deiner Leib. Wir haben hier ja... Es antibody zu wissen die heutige Momente. Weil wir haben schon Associate hier. Die heutige Momente ist das, es kommt kein Gewehr. Und in die Gewehr gewöhnt. Die Gewehr hat gelebt, meine Erkrankerin, von der Sarbad Maas, In Ghetto? In Ghetto, in Ghetto. Ihr seid Freiwilligereien in dieser Ghetto? Freiwilligereien, Mählereien, in dieser Ghetto spezieren wir. Aber was sehen wir rein? Wir sind auf dem Theater von Ghetto. Und wir sind gegangen in eine Gruppe von 19 Ghetto. Und wir sind gegangen in das Ghetto. Und wir sind angeschlossen in der Gruppe und zusammen sehen einige. Aber unsere ganze Philosophie ist, dass wir von Januar, wir sind lange gewöhnt. Also die Deutschen wollen alle Hagen, weil alle Menschen in Ois nicht. Und wir können nicht bleiben. Es ist besser in Wald, besser allein, besser in Heimstern, bei der Nacht, bei der Feuer. Wie? Alles richtig. Es wird hier getracht, noch dem Alamin. Richtig. Es ist rein in ein Ghetto, wo der Deutsch vermacht, der ganze Ghetto und in ihrer Paske. Wie der Herr Häusch da ist. Suche Partisane und rief in der Gruppe ein seiner. In der Zirn und gewöhnen, wann wir da reingehen in das Ghetto, sie haben gefragt, weil sie kamen dort und sie gewöhnen zu den Partisane-Ragionen. Die Häusch. Ja. Sie haben gefragt, wo seine Partisane geliebt. Dann noch ein Häuschen von Ghetto sind sie gefunden. Und er hat gesagt, dass er keine Reise funktioniert hat. Er hat nicht mehr gesagt, dass wir gehen rein, in der Paske, wo es mir auf ein Mäuschen mit den alten Kadoschen gibt, mit den Kuchen, die auf alle... Ich habe gedacht, Reise schreiben, aber ich weiß nicht, was zu tun weiter. Oder gehen über Färder und Weckern suchen, weiß nicht was. Oder er ist gewöner Risiken, unmittelbar gewöner Risiken, aber es geht nicht. Ist der Öster der Männer, gewöner reingehen in den Ghetto, die da dort und da wissen, wo seine Partisane haben, die da noch rausgehen vom Ghetto. Und sie gehen und sie gehen. Und was hast du gemacht von dem Schuster, von jetzt her? Der Schuster... Ich weiß natürlich, zwei von uns, um einen zu tun. Und da... Ist der Schluck Popko? Nein. Ja. Ist er gewönerlich oder schon mit? Nein. Nein. Ist er nicht geschehen? Er hat eine schöne Worte von mir gelesen. Ach. Mehr gehört? Du hast mehrere gehört? Nein, oder... Wenn das passiert, wenn er sagt... Wie man rein und wieder geht. Ah, ist er gewöhnt zusammen, bis er wieder geht. Ja, zusammen... Wo sind die geschlossen, warum gehen wir zusammen? Ich gange ihn suchen und essen. Ich schreibe ihn in die Pämmasche, ich werde ihn gefährlich.